Uu durch ist jetzt okay kein Name er hat die Schachtgierfach abtisch sagt sie zweitens die Prüfung Prüfung scheiß das noch die das Kalti gespott Paul Klettern verprügelt da ich bin ja schon und ich wirklich aber auch erst blau Hier ist rechts eine Kiste, da muss eine Waffe drin sein. Oh, ist hier mal mit einer Waffe? Ja, ich habe ihn schon gesehen, schon lange. Ich habe vierfach. Hier liegt eine Waffe. Das ist meine. Hier liegt so da. Ich habe so da, ich habe so da. Hier ist die gute Shotgun. Ich habe die gute Shotgun. Ich habe auch die gute Shotgun, sei leise. Die ist aus dem Schlechter. Nein, ist sie gar nicht. Doch, die andere wähle ich super schnell nach. Und du kannst die Schüsse viel schneller abgeben. Die andere ist besser. Nein, die ist besser. Weil wenn ich sage, diese ist besser, dann ist sie. Ich habe Muni für die AK. Ich habe voll. Oh, nämlich die halt mit dem. MP? Der kommt. Ist alleine bis jetzt. Ja, ich muss die EMP laden. Ich habe so da. Er war doch nicht alleine. Irgendwo ist noch sein Maid. Pass auf. Hier, da. Von links kommt der Maid. Ja, er läuft weg. Er ist in sich in die Kiste. Er ist in sich in die Kiste. Ja, ich habe hier eine normale Kiste. Komm hier hin. Komm hier hin. Ja. Ihr habt für den Typen. Schuss. Oder die Shotgun gehört mir. Oh, Dreier Weste. Ich habe komplettes Dreier Outfit. Ich habe Level 2er Helm und Dreier Weste. Schuss. Was ist denn Dreier Weste her? Ne, einer Weste. Sorry. Leichter Unterschied. Nochmal die Toilette. Nichts. Hast du Sohne? Ja. Kannst du mir geben? Nein. Krieg dich? Was? Muss drauf. Ja. Ben. Ich bin in das Haus. Was ist ein Wunder? Im Haus sind immer Leute, ne? Lass ihn mal wieder rausgehen. Ach, Paula ist schon verkackt. Ich lebe noch. Jetzt brauche ich das. so, oder? Stimmt wohl. Da kam noch ein Team. Da ist Dreier Helm drin. Oh, da sind auch zwei Teams drin. Ich habe ja Lust. Ich auch nicht. Das ist das. Ich versuche zu dir zu kommen. Echt? Oh Gott. Der verfolgt mich ein. Nein. Ich bin gefällt mit. Nein. Ben. Gehts dir noch gut? Nein. Ich bin überhaupt nicht. Ich liege. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Oh. Ja, ich. Ich habe jetzt auf S gedrückt. Und habe gemerkt. Ich tänze nur liegend um den Baum herum. Um welchen? Ach, da unten. Ja, ich komme. Ja, okay. Ich bin tot. Hast du gut gemacht. Oh, ich fahre doch gerade auf dem Weg. Ich will gar nicht sehen nachher, was du da die ganze Zeit gemacht hast. Ehrlich gesagt. Nee. Nee. Ich will nicht sehen, wie lange du mich ignoriert hast. Ja, ich konnte mich nicht bewegen, weil ich ja ein ZS gedrückt habe und ich schon im Haus stand. Oh Gott. Nachladen, 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 nachladen. Jetzt werden wir das Nachladens außerdem schon schießen. Ich muss nur eine Patrone nachladen, um zu schießen. Hör auf mit den Tänzeleinen. So, mein Adrenalin ist jetzt weg. Oh Gott. Oh Gott. Wann hast du denn gezielt? Was machst du denn? Es hat geleckt. Ich habe geschossen. Das glaube ich dir. Ich habe gesch... Ja, warte. Wenn das nicht geleckt hat, dann machst du einfach die Kacke. Nein. Hier ist ein Leo. Ähm. Ja. Es könnte sein, dass ich außer Seelen Tasten bin. in der ersten Kombination gedrückt habe, weil ich mit meinem Finger ausgerutscht bin und den Tab geschlossen habe. Kann sein. Ja, ich habe mir die Waffe auch noch weggeschnappt. Ah, jetzt hat er einen Revolver, aber er hat keine... Ich habe eine Shot und ich stehe direkt vor ihm. Dann sollte er schon tot sein. Oh, du bist Kacke. Er ist tot. Okay. Aber jemand anderes hat ihn gefinisht. Oh. Ja, ich liebe. Hä, der hat eine Shotgun. Auf einmal hat der eine Shotgun. Und mein Mate ist weiß. Der hat sich das Outfit... So. Achso. Mit einem anderen Mate. Ich war doch gerade noch mit ihr in der Runde. Und dann habe ich meinen Tab geschlossen. Aber... Bist du drin? Bist du Player? Ja. Ach Gott. Haufen bist du. Guck, das bin ich. YouTube. Die obere Kiste... Achso. Du gehst einfach da rein. Weißt du. Ich habe rote Muni drin. Ich habe mir das auch eine Shot. Ich habe auch rote Muni. Nur eine Shotgun. Ey, gib mir rote Muni. Ich habe eine Shot. Wie viel hast du denn? Ich habe nur noch 10. Ich gebe dir auch diese Waffe, ja? Die Glock. Du weißt, das ist fast... Das Maximum ist, was man haben kann. Gib mir den. Oh, warte. Gib mir den. Oh, renne erstmal. Das sind welche, die dich verfolgen. Oh Gott. Der steht neben mir. Das habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin wieder bei dir. Der hat nur eine Glock. Dreh ihn um. Ich sehe ihn nicht mehr. Das sind... Ach, da hat er eine Waffe gegeben. Könntest du bitte... Ich habe ihn getroffen. Ich muss nachladen. Ich glaube, der hat gar keine Muni. Der hat überhaupt keine Muni. Ich bin fast tot. Läuft nur mit seiner Waffe rum. Hab ihn. Ich habe auch so ein blaues Outfit für dich. Danke. Hast du auch irgendwas zum Heilen? Hast du auch irgendwas zum Heilen? Danke. 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 Nö. Dann bin ich tot. Ich würde mal sagen, Himmelfahrtskommando. Nein. Dann ist doch noch alles gut. Ich konnte nicht mal das Himmelskommando starten, weil jemand in den Himmel kam. Komm zu mir. Ich gehe in den Busch. Okay. Oh Gott. Ey, lauf doch nicht weg. Der hat den Typen eigentlich angeschossen. Komm her. Der hätte dich zufällig angeschossen. Man sieht deinen Arm jetzt nicht mehr. Ja. Das konnte ich hier aber nicht wissen. Da ist Shotgun und er ist für dich. Jetzt gib mir die Ep5. Nein. Eigentlich brauche ich hier gar nicht. Ich habe ein Auto geklappt. Ich hab nur noch ne Shotgun, jetzt droppen wir die Emden, wollte ich grad sagen. Ich hab auch nur ne AK, halt die Fresse. Ja, aber ich hab nur ne Nackarmwaffe. Hast du ein Medipetter? Nein, ich hab gar nichts zum heilen. Genau, da kommt einer. Was? Hol mich hoch. Ich will ihn jetzt haben. Holst du mich jetzt sofort hoch? Der kommt sofort, wenn ich in das Haus gehe, du dummes Stück Scheiße. Hättest du mich hochgeholt, hätten wir gewonnen. Natürlich. Aber diese Cyberskarten hab ich echt gefunden. Die lagen in der Ecke meines Yu-Gi-Oh! Schrankes. Also ich hab ja so ein Fach nur dafür. Was ist mit dir? Er tut lecken. Gib mir die Shotgun. Die Asia-Server sind kacke. Spielen nie wieder auf Asien. Gib mir doch einfach die Shotgun! Spielen nie wieder auf Asien. Die Server sind kacke. Ich prügele ihn tot. Ich prügele ihn tot. Och Gott, gib mir meine... Ich will auch eine Waffe! Da liegen zwei Rubikler ohne Würfe für die Schrottflächen. Ja, ich hab keine... Ich hab keine Munition für die Schrott, aber... Tolerantisch mit Kackebilden. Hast du Munition für die Schrott? Danke. Hier hat einer geschossen oder so. Ich hab'n Soda. Okay, wir spielen nicht wieder auf den Asiens. Weil ich hab gedacht, die Leute hier wären vielleicht kacke oder so. Ach, Asiens. Die Verbindung ist... Aber die Verbindung ist ja immer mal komplett kacke. Und Asienspieler sind doch immer geil. Die laufen in die falsche Richtung. Ups. In die Zone geht's da lang. Oh! Ben? Ja? Du lebst? Ich glaube, er verfolgt mich nicht mehr. Lebst noch? Er kam von oben. Passt ein bisschen auf. Ich geb' mal einen Warnschuss, ja? Biu, biu. Nee, tu nicht. Im Haus ist, äh... Gar nichts. Ich hab' ihn ein paar Mal gehittet, aber... Jetzt töte mich doch nicht! Was hat der? Was hat der? Nimm, Pistol! Ist der nur. Ah! Tu leid. Ich habe diese Runde 48 Schaden gemacht. Gut. Bedeutet, er hat jetzt noch 52 Leben. Den könntest du kriegen. Tust du aber nicht, weil jetzt... Weil er hinter dir ist. Ich hab' ihn auch noch mal gehittet. Nee. Warst du ja gar nicht. Pfff. Alter, ich hab' auch ne neue Link-Card, aber ich glaub' nicht, dass du die brauchen wirst. Ip, die Weltkeich-Priesterin. Schuh, sprichst du dir. Code of the Jewelist. Als ob du dich gezogen hast. Du bist so'n Scheißlacker. Sekunde, ich muss noch kurz auf Cardmarket. Spoiler nicht. Ip... Ip, die Weltkeich-Priesterin. Okay. Die ist gar nicht so viel wert. Wie viel? 4 Cent. Nee. Ist das ne Common? Ist das ne Super-Rare? Ist das ne Super-Rare? What? Ja. Hier guck... Guck nach. Guck den ersten Typ an, der Deutsch ist und die ein Mint hat. Der erste Typ Deutsch in Mint ist... Near-Mint. Near-Mint, Near-Mint. Ja, Near-Mint ist auch okay auf Deutsch. Ja, dann wären wir bei... 4 Cent Deutsch. 4 Cent ist Mint. Scheiß egal, die ist fucking gut. Hm. Für mich jetzt nicht. Doch. Nein. Doch. Aber der... Auram ist besser, aber Ip ist auch super. Das ist doch die mit zwei verschiedenen Attributen, oder? Genau. Zwei Monster mit unterschiedlichen Typen und Eigenschaften. Funktioniert für Schwarzwügel nicht und ist auch schlecht. Nö. 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 Einfach sowas von überhaupt nö. Mondspiegelschild. Tragödie. Tragödie. Dotz Kappa. Und die aufblühende Blütenzwiebel. Sumpfspiegel. Nö. Spiegel. Ich weiß, was da für Karten drin sind. Quantenkatz. Die meisten hab ich schon. Quantenkatz und Suchspiele sind so schlechte Karten. Was? Gar nicht. Sind aber du Fallenmonster. Wundersames Erwachen. Wau bist du. Mondspiegelschild. Kosmozyklon. Gedankentrolle. Nicht sofort wieder starten. Ich muss wieder auf Vollbildschirm starten. Jetzt kannst du starten. Musste eh starten. Ich würde aber gerne so ein End-Kotier-Dings da. Dekotier-Sprecher. Der gehört ja sowieso mir. Laminiert ist er sowieso nichts wert. Den hätte ich gerne. Für meine Blackwings. Ja. Nee. Ist das die Op oder ist das die Kack? Es ist glaube ich die Kack. Hier ist eine AK. Aber ich bin mit jemandem im Haus mit einer AK, der einfach freundlich ist und mich totschießt. Nein, ich will doch die Hände. Gib mir doch die Fäuste. Boah, wie lange habe ich das überlebt bisher? Der hat all seine Muni verbraten. Der hat all seine Muni verbraten. Ich habe eine M39 EME. Ich habe aber keine Munition dafür. Ich nehme doch mal eine Pille. Die kenn ich nicht. Ist eine blaue, ne? Ja, es ist die. Es ist die blaue. Ich habe gar nicht. Ja, die sind alle relativ gut. Lebst du? Lebst du? Oh Gott nein, du lebst nicht. Ich bin schon wieder rausgetappt. Ich mag nicht. Es kann auch nicht wahr sein. Ich habe auf... Naja, vielleicht sollte man doch auf Vollbild spielen. Das stimmt. Die Aufnahme ist auf jeden Fall besser. Mit einer Shotgun und ich stelle mich neben das Fass. Unklug. Ich bin fast tot. Bist du wenigstens wieder im Ding sind? Aber Ip ist glaube ich nicht so krass. Ich habe nur noch zwei Booster. Doch, Ip die Weltkirchpriesterin ist eine krasse Karte. Ja, aber ich spiele kein Weltkirch. Ich habe auch noch zwei Booster und ich habe mit den Händen nach... Du, wenn ich sage, dass sie eine krasse Karte ist, dann heißt das, dass man die auf jeden Fall nur in Weltkirch spielt. Weißt du? Und Sinit, Backdoor? Sein... Oh Gott. Die heißen bei mir Sinit. Das heißen sie auch so. Du kennst meine Regeln. Sich hier küsst du. Was? Komm her. Hier ist Beef. Ne, ich gehe lieber zum Beef. Drei Leute prügeln sich ineinander tot. Boah. Alter, Alter, ich kriege euch alle down. Ich kriege euch alle down. Ich komme mit dem Messer zu schiefern. Scheiße, scheiße. Aber andersrum. Töte sie. Der eine hat mich... Fuck. Ich habe aber Schaden gemacht. Ich habe 96 Schaden gemacht. Der tänzelt. Nö. Tust du nicht. Siehst du doch, dass er das tut. Du tänzelst nicht. Heute nicht. Also, und was ist mit diesem Dual-Assembly-Gewirren? Nö. Wenn ich sage, nö, dann heißt das nö. Quarantäne. Wow, bist du nicht... Weil ich gerade schon gesagt habe, welche Karten ich nehmen würde. Welche hast du denn gesagt? Sekunde. Ich gehe mal kurz auf Discord. Da hast du mir das, glaube ich, irgendwie geschrieben. Du wolltest. Du wolltest... Nein. Ich glaube, das war im Solo-Chat. Bartosk. Ah! 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 Das heißt, Doddscaper habe ich zweimal... Das heißt, Doddscaper? Doddscaper ist... Doddscaper ist... Äh... Narren-Confit? Ne, der ist nicht so geil. Karnig-Kran, Trümmer-Drache, Karten-Kavallerist... Juni, wenn ich sage nein, dann sage ich nein! Ja, ich vers... Du sollst... Ich will die nicht! Ach, das ist der Doddscaper! Ach, geil! Dimensions-Barriere... Ach, ich gucke jetzt nicht weiter. Die werden erst mal mir. Du hast aber viel Schaden gemacht. Hätte ich Glückwunsch. Gerade eben in der Runde, wo ich da war, habe ich 600 gemacht. Nee, 700. Die 696 oder so habe ich gemacht. Das ist meine Pille. Neun! Warte! Loser! Oh Gott! Ja, ich bin die Pille! Ja, du kriegst die Pille. Das auch noch. Gegen das. Ey! Wer oder die Weste? Nö! Jetzt... Keine Typen da. Nö! Ich prügge, du schießt. Nö! Die geben sofort meine Schockarm wieder. Ich... Ey, du bist weggelaufen! Wie soll ich dir was wiedergeben? Ich prügge jetzt diesen Typen! Wie soll ich dir was wiedergeben, wenn du weg bist? Ach, da bist du... Da ist der Typ. Oh Gott, ich habe ihn ausgenockt. Yes! Oh Gott! Ich habe meine... äh... Shot nicht ausgerüstet gehabt. Ich habe ihnen Schaden gemacht. Ich muss nachladen. Tenzel! Tenzel-Kommando! Ya, Tenzel, Tenzel! Ich habe gerade eigentlich getroffen, aber irgendwie habe das Spiel mich nicht treffen lassen... Ich habe dem... Ich habe dir meine Pille gegeben. Jetzt bin ich so gut wie tot! Lass mir die Verbände! Hey, ich habe gesagt, lass mir die Verbände! Ich bin... danke die haben wir dauern ich habe nur noch vier shotgun money und ich brauche auch irgendwie eine neue und zu gott sagen der hat die gute die wand kaputt gemacht ich habe die volle kann ich habe ihn ich weiß ich bin krass da habe ich aber gespielt hier sind noch bandagen für dich draußen ja ich habe ich kann nicht mehr mehr tragen ich kann ja nur fünf ich habe noch kein backpack ich habe jetzt die zweite pille genau ich bin bei adrenalin fast voll dann für zwei gehabt es jetzt geben können habe ich nicht hier ist das zweifach für dich und ein rucksack für mich okay ich glaube ich nehme die m5 statt der mac 10 ich wollte es ist mir aufgefallen dass ich mc10 gesagt habe ja und nicht mc10 wie du das arbeite wenn du jetzt das aber komplett raus ja das passt eben nicht und bekämpfen bekämpfen ich kenne jetzt kommt zu mir bekämpfen uns durch wir sind ein team und kämpfen das funktioniert bin ich habe hier ich habe hier das ist gut hier kann ich sogar meine waffe gezückt halten ohne dass es jemand sieht so eine rückt vor rote zone rückt vor in die sichere keine ahnung mal sehen wie die zone jetzt kommt ich guck mal auf jeden fall kommt die auf ranchito polo oder einfach uns ja ich glaube aber nicht dass sie so zu uns kommt wir müssen hundertprozentig move nein ich hab dir doch gesagt dass es ein ranchito polo ist ich habe ich hier liegen flucht das gefilte mit so ein super rap hier und ich selber rein auch ein super ich hab ja gehofft in diesem pack von code of a duel ist noch ein firewall drachen zu ziehen oder ist vor dem strike die firewall drache ist 25 euro wert ja erstmal ich bin einfach rechts ein bisschen rüber das ist ein besserer campplätze und ich bin relativ sicher dass die zone da hinkommt er ist außerhalb der zonen ist hier das ist ein buch der konkurrenz ist wirklich gut ich sehe jetzt nicht so wie du ja Ben, ich lock sie zu dir. Nein, ich hab mich verhangen. Er hat einen Schott. Mag es nicht, zu mir zu kommen. Wo bist du überhaupt? Da bist du. Ben. Mag es nicht. Hilfe. Hilfe. Ich bin fast tot. Vielleicht schaffe ich es doch, mich zu vercampen, wenn ich jetzt irgendwo einen Busch finde. Halt dich, ich fress dich aber echt. Ich muss mal die Tür aufmachen. Ja, das tu. Hey, ich will mal einen Busch haben. Items kann ich nicht gebrauchen. Irgendwie habe ich es geschafft. Da erwartet mich keiner drin. Och, Gottchen. Scheiße, 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 scheiße. Ja, tötet ihn. Der trifft nicht. Warum trifft der nicht, das Arschloch? Scheiße, scheiße, scheiße. Na, wo schieß ich denn hin? Na, Gottchen. Sieb, dritt, vierter sind wir, glaube ich, geworden. Ja. Ach, Gott. Ich habe aber Schaden gemacht und gekillt. Besser geht es gar nicht. Von meiner Seite. Ben? Hallo? Wie ist das?